Musik Yo Leute, ich bin's, euer Palmas und willkommen zu einem weiteren GTA 5 Video hier auf meinem Kanal. Heute mit wirklich einem beeindruckenden Easter Egg, was sich hier in GTA 5 vorfinden lässt. Um genau zu sein, an dem Mount Gordo, dort finden wir einen Geist, der dort immer von 23 Uhr bis genau 0 Uhr auftaucht. Ja, es ist die Gestalt einer Frau, einer schwebenden Frau und ja, unter ihr ist im Blut geschrieben der Name Jock. Und ja, Jock ist der John Jock Cranley, das ist der, ja, der sich als Governor für San Andreas bewirbt. Dort gab's aber in der Vergangenheit mal einen Trailer zu, mit dieser Sue Mary zusammen, wo die beiden sich halt, ja, als Governor, ja, bewerben, sag ich mal. Und ja, das ist seine verstorbene Frau und das kann man hier auch einen Zeitungsartikel entnehmen, den man mit seinem Handy, also in GTA, aufrufen kann. Und dort kann man, ja, lesen, dass die beiden dort, also John Jock Cranley und seine Frau, dort auf dem Berg unterwegs waren und sie dann von der Klippe gestürzt ist. Und John Jock Cranley war auch schon in Vice City dabei, dort wurde er erwähnt als Stuntman und Actor in den Studios dort. Und ja, es ist wirklich ein, ja, wieder ein schöner Zusammenhang mit den ganzen alten GTAs. Und, ja, wenn man den Artikel mal genauer sich durchliest, ähm, wird man auch herauslesen können, dass er in Wahrheit der Mörder ist, äh, von seiner Frau und sie nicht da irgendwie runtergestürzt ist. Also, es ist wirklich sehr schön gemacht, ähm, sobald man sich, ähm, ja, dem Geist nähert, verschwindet er, geht immer wieder weg, ist er wieder da. Und um Punkt 0 Uhr, ähm, verschwindet er dann auch wieder. Also, es ist wirklich sehr schön gemacht, ihr könnt ja mal selber, ja, euch auf die Suche machen. Ich hab euch ja auch hier kurz gezeigt, wo ihr das Ganze vorfindet. Und, ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei, dieses E-Sec mal zu finden und, ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bin raus, ciao, euer Palmas.